So, haben wir jetzt abgegeben oder haben wir es nicht abgegeben? Äh, ja, ich weiß. Wir sind die falsche Stadt angelaufen. Ich sag ja, wenn ihr dabei seid, spiele ich ein bisschen verwirrt als uns. Okay, so. Tut mir gefallen, fahren wir nicht in die Karre rein. Wir müssen nur einen Kilometer. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Ich fahre nie querfeldein. Aber irgendwann macht er doch mal Spababas Hilfe. So, mal gucken. Irgendwelche Gegner hier? Na super, jetzt habe ich einen größeren Tank und so. Alles größer, alles größer. Warte mal, wir müssen mal eben hier durchfahren. Na komm, drauf geschissen. Wie gesagt, ich passe mich der KI an, wenn ihr immer dabei seid. Wir haben den Auftrag ausgeführt. Wir dürfen mal hupen. Ja, sollen wir mal gucken. Haben wir nix? Nö. Hat der Barmann irgendwas? Auch nicht. Bremsen. Äh, bremsen. Wir haben Geld gekriegt. Speichern. So, machen wir jetzt die Hauptquest. 35 Minuten schon wieder. Okay, dann... Wir fahren mal hier lang. Den Kängurus hinterher. Na, ich setze mal... Ich, ich weiß, ich war verwirrend. So, wir werden... Ich bin neu in der Ecke. Oh? 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 Moment, geht die Straße hier einfach durch? Ah, der geht da hoch. Okay. Deswegen, also... Hier bin ich noch gar nicht lang gefahren. Also nicht aus der Richtung. Was? Oh, wer wie, warum? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Fuck. Dann machen wir Trick 17. Warum schießt die Knarre nicht mit? Wow. Oh, das war knapp, Leute. Wer ist denn da jetzt gestorben? Uh, uh, uh. Hahaha. Wo steht der denn? Oh, oh. Ich sag' ja, die Knarre macht einen schönen Bums. Aber wie gesagt, wenn man selber die hat, dann... Äh, ja. Hm. Äh, 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 äh. Kann man hier was verkaufen? Moment. Moment. Warum ist die schwache Flak? Ja, weil die schon repariert ist. Was soll er da machen? Nee, ich will die Flak haben. Verkaufen wir die. Das ist jetzt doch ein bisschen anders, als... Ah, wo ich das gespielt hab. So. Hahaha. Wir werden fast Muß gewesen. Wird noch 39 gehabt, einmal. Ich sag' ja, ich will gleich den Oktopus haben, einmal. Also der ist geil. Nein. Fuck. Da sind die Knarren schon wieder umgelegt worden, meine Herren. Nee, allerweil, das ist doch richtig. Das ist das Schöne, einmal. Also nicht mehr in den Scheiß-Elefanten, wenn die mit sattingen. Ich bin grad'n bisschen still, wenn ihr da fragen solltet, weil ich fahre wieder querfeldein, und... Ich versuche grad'n Holzfäller zu spielen. Es ist Tag, jetzt stelle ich mal den Nebel weg. Ähm, ja, ähm... Ach, halt die Backen da hinten. Das Problem ist, ein Fighter hat meistens Loot. Das wäre da, warte mal. Ach, nee. Die haben sich jetzt grad' hier hingebeamt. Ah! Alter, mach dat' nicht. Hallo, Tank... Und, wat, vier? Tankstelle, Tankstelle! Jetzt geht's aber rund, wa? Jetzt wollen sie's aber wissen, wa? Ja, ihr seht schon, wenn meine Dinger haben ne geile Sprengkraft. Nein, ich höre wieder Musik. Ah! Ah, Leute! Ah! Lasst mich doch mal in Ruhe looten! Jetzt weiß ich, ob die Tankstelle hier ist, aber die hält sich durch Reparaturen über Wasser. Die hat nen Vertrag mit den Banditen! Bähääh! Bähääh! Alter! Jetzt habe ich keinen Bock mehr. So. Das ist noch einer. Die haben echt einen Vertrag mit dem hier. Die haben echt einen Vertrag mit dem hier. Ich bin gerade still, wie er es merkt. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, weg hier. Nee, nee. Also, die haben echt einen Vertrag mit dem hier. So schlimm war das nicht, wo ich ohne euch gespielt habe. Oh, lol, aber wir haben ja schon nicht richtig viel Loot gekriegt. Weg, du ohne Kühlung. Und wir haben kein Geld zum Reparieren mehr. Moment. Ich sage ja, die Tankstelle hat mit dem Vertrag geschlossen. Gucken, dass wir hier irgendwie hochkommen. Ist auch, um da hinzukommen, muss man echt so ganz komisch fahren. Jetzt müssten wir gleich da sein. Und danach machen wir, wenn wir hier fertig sind, gleich Schluss. Beziehungsweise, wir fahren noch mal hier irgendwo ist der Punkt gleich. Der muss jetzt hier irgendwo... Ja, ich glaube, da musste ich jetzt hier irgendwie rumfahren. Aber wir speichern schon mal. Okay, Lorry, das sind wir, alles klar, das sind unsere Leute. Dann auf in die Kampfszene. Ich hoffe, den fahren wir jetzt nicht. Nehmen wir mal ganz schnell speichern. Da kommt noch irgendwo einer. So, mal gucken. Was können wir jetzt? Jetzt müssen wir wieder austauschen. Wir haben es ja schon. Komm, Spectre weg. Mal gucken. Kann man hier irgendwie noch ein bisschen den... Bumblebee-Tausend. Weiß nicht, 194? Legen wir mal da hin. Ah. Ah. Schmeißen wir den da hin. Das will ich noch mitnehmen. Das will ich noch mitnehmen. Legen wir die hin. Beim Gucken dann schmeißen wir die weg. Ja, hier liegt ja noch mehr rum. Also ehrlich gesagt, dann nehme ich lieber Benzin mit. 600, 600, 600. Ne, komm, wir haben keinen Platz mehr. Nochmal speichern. Ja, da. Wow. Und dann ist gleich nochmal Schluss für heute. Ja. Aber wir machen uns langsam wieder einmal. Jetzt müssen wir... Ich sag ja, die tanken. Hat doch einer geschossen immer. So, jetzt jeden Kampf erstmal ignorieren. Wir müssen nach Hause. Wie gesagt, soweit wir es gehen, ignorieren. Aber ich, die Tankstelle ist ein Kühler gewesen. Aber die... Hat da echt mit den... Gemeinsame Sache gemacht. Ja. Die war echt geil, die Tankstelle, hör mal. Sag, aber wo ich ohne euch gespielt habe, habe ich die gar nicht gesehen gehabt. Aber so hat die halt auch ihr Geld gekriegt. Und er hat dann gesagt, so Kollegen, hier steht einer, der... muss sich bei mir reparieren. Also... Gebt mal Kette, ihr kriegt dann... Was weiß ich dann? Ihr kriegt dann Pauschalbetrag oder... Ihr könnt dann billiger reparieren. Ich weiß es nicht. Ja. Apropos reparieren, dann reparieren wir uns gleich hier nochmal eben schnell... Wir können ja gar nicht mehr. Wo sind wir jetzt hier? In Liberty, da waren wir auch schon mal gewesen. Mal eben gucken. Waren. Können wir nämlich da lang fahren. So, warte mal. Und... Ist das hier nicht Seil? Dann fahren wir gleich nach Seil, hör mal. So, ich muss mal... Ich wollte mal gucken. Ähm... Preise runterladen. Seil verkauft nix. Ist okay. Liberty nimmt dafür 6.000. Was nehmen die da oben? 400 nur? Wow, da verkaufen wir doch hier unten. So, mal gucken. Was nehmen die für Rohöl? Wollen die 204 geben? 800. Die kommen, da fahren wir hier hin und Seil. Die machen da nix in der Richtung. So, und dann verkaufen wir eben nur schnell Waffen. Weg. 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 Wie sieht's mit Machine Parts aus? 3500 da oben. Dann machen wir hier unten. Wow. Können wir das hier oben reinlegen? Präparieren wir uns erstmal. Gucken. Irgendeine Quest so von wegen... Hm... Wir wollen zwar nach Seil... Nee, aber... Ich erinnere mich da an... An die liebe KI... Ihr wisst schon... Aus der ersten Karte, wo der Typ dahin und her gefahren ist. Mal eben auf Speichern drücken... Äh, auf S drücken zum Bremsen. Oh. Boah. So. Wir müssen aber hier hin. Ich sag ja, die macht schon Bumps, die Flak. Da müssen wir nur aufpassen. Aber echt, aber... Ich komm über die Tankstelle hinweg. Hä, hä, hä. Habe ich jetzt Seil anvisiert? Ja, ne? So, und danach ist Schluss für heute. Weil wir sind da schon wieder zu viele unbe... Äh, unversiehbare Sachen passiert. Ich sag ja, die Tankstelle in Seil... Die hatten wir ja nicht. Äh, in Seil. Ah, was reden wir davon? Ja, zurück. Auf dem Feld, meine ich. Oh, Leute. Oh. Ich glaub, hier hab ich mir den Oktopus geholt gehabt. Da bin mir jetzt nicht ganz sicher. Irgendwie geht die Hupe nicht mehr. Ich drück auf H und es tut sich nix. Noch eine Vulkan. Rapier? Nee, haben sie nicht. Dann haben wir einen Wonders geholt. Vulkan ohne Kühlung. Schwache Vulkan. Schaden 5. Eigentlich genauso wie unsere auch. So, weg. Ach, Hornettchen. Meine Herren. So. Was sagt uns der Arbeiter? Eh, passt doch vielleicht Arbeit für mich. Baditen? Ja. Hier gibt's nix. Reparier mein Ural. So, und jetzt geht's weiter. Fahr mal jetzt hier lang. Wieder speichern. Das ist klar. So zwischen Kampf, GOS und Liberum. Äh, Libi. Ach, Dings. Ah, naja, egal. GOS-Speicher geht's immer abwechselnd. So, dann fahren wir hier rum. Gehen wir bitte aus dem Weg. So, und jetzt traut sich natürlich... Also, wie gesagt, ähm... Hätten wir die Jagd gehabt, wo wir an der Tankstelle gewesen waren. Hätten wir mal. Hätten wir geil gewesen. Gucken, jetzt gleich müssten wir über die Brücke kommen, oder? Ich hab dich gesehen, Kollege. Der hat auch ne Kanone drauf. Kacke. Ah, Leute. So, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt müssen wir nämlich hier hin. Oh, und jeder Felsen ist für mich auch so ein Teil. Joi. Aber ist die da? Die kenne ich mir, die Straße. Die sind bei richtig. Alter! Mach doch mal mit, Mensch! Ach, jetzt hab ich Metall unter den Reifen. Da liegt noch Loot, okay. Okay. Das wird ja noch richtig unterhaltsam werden, ja? Sagen wir nicht dabei gewesen sein, da kam ja nicht so viel. Wir fahren jetzt erstmal der Hauptquist hinterher. Ja, da konnte ich hier langfahren ohne Ende, da war keiner, da kam überhaupt nichts. Da hab ich mich gelangweilt. Und kaum guckt ihr wieder zu. Hö, 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 hö. Hab ich hier einen Gegner nach dem anderen. Ja, was hab ich hier gekriegt? 8.500, geil. Das hat sich mal gelohnt. Sonst immer, wenn die Jagd war, dann haben die sich verpieselt, dann kam keiner. Ich sag, er wird in die Jagd vorhin haben sollen. Jetzt sind wir hier, jetzt machen wir über den Schluss. Wir machen jetzt hier Schluss, wo wir vorhin angefangen haben. Ich schmeiß einfach gucken. Flak, flak. Da tut sich nix. Weg. Langsamer Vulkan, weiß nicht, mit der langsamen Vulkan. Okay, weniger, weniger Dings. Weg. Weg, weg. Jetzt brauchen wir so ein Ding, was wir hier oben drüber sitzen können. Mal reparieren, wenn ich mir vergesse. So, weg. Dann hatten wir Beleg auf den Herzen. 14.000. Bitte liefers Paket in Fraternit ab. Es zeigt unseres Respekts den Menschen dort. Sie werden die 14.000 neben wir. Das sind bestimmt diese Maschinenteile, von denen ich letztens gesprochen habe. Du hast uns Glück gebracht, Fremder. Der General hat uns einen Weg verraten, wie man an den Wachen vorbei Axel erreichen kann. Zudem hat er uns den Ort und den Zugangscode für die unterrichtige Stadt mitgeteilt. Ich möchte nicht wissen, wie du ihn zum Reden gebracht hast. Das willst du wirklich nicht wissen. Nun lenken wir den Feind ab und du gehst in die geheime Stadt, um Axel zu töten. Mensch, deswegen bin ich doch hier. Wohin muss ich gehen? Hier, ich zeichne den sicheren Weg auf deine Karte ein. Das Wichtigste ist, alles geheim zu halten. Wenn die Operation beginnt, muss Funkstille herrschen. Ist in Ordnung. Wir wollen endlich loslegen. Ja. Ah, jetzt hängt er wieder fest. Das muss Frips sein. Also ich sage, als ich das ohne Frips gemacht habe, da... Da gab es da keine Probleme. Ah ja, ist so. Wir haben ein... Jetzt müssen... Das war das gewesen. Dann müssen wir genau das Paket abliefern. Dann müssen wir später den Motor zurückliefern. Krieg nochmal so viel Geld. Und dann bin ich erst hier runtergefahren, um dann Axel Ding festzumachen. So, alles klar, Leute. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Hat er sich im Eingang wieder... Müsste mal... Moment, wir haben was im Tagebuch erhalten. Warte mal eben. Das war ein harter Krieg. Er war nicht immer ein direkter Kampf. Mann... Achso, warte mal. Das war ein harter Krieg. Er war nicht immer ein direkter Kampf Mann gegen Mann. Doch stets zerstörerisch. Und ich musste Dinge tun, die ich irgendwann bereuen werde. Allerdings habe ich jetzt keine Zeit dafür. Da ich mich nun endlich um Axel kümmern werde. Die war über Krimsen. Das hatten wir... Okay. Beziehung, Kirche der Leuchtung. Krimsen, Daunis Krieg. Wenn man die wieder wegratzen, dann haben wir Frieden. Gestorben, wie oft? Natürlich Null. Ist klar. Vulkan ist die Lieblingswaffe. Ist auch klar. Verdientes Geld. Wow. So viel schon. Lass mal gucken. Bela's. Ja, das ist... Die Kapazität des Traxes Fluch und Segen zugleich. Das Fahrzeug ist ziemlich langsam. Und fällt damit oft angegriffen der Räuber zum Opfer. Aber mit den passenden... Dingern oben drauf. Der Bewaffnung geht das schon wieder. Mal gucken. Fahrzeugteile. Cruiser. Hä? Cruiser. Na, ihr seht schon. Das wird das... Die Enzyklopädie... Die verbessert sich. Die Rheinmetall. Wow. War das die? Ich glaube, die Cyclops war das gewesen. Die ich während drauf montiert habe. Die Swingfire haben wir ja schon gesehen. Die Raketen lassen wir mal. Laserkanonen sind zur Reparatur bedürftig. Abzeigen, Vulkan, Rapier, GVP. Also die Cyclops. Die hatte ich ja lange gehabt. Ja, mal. Fügt allen links und rechts einen Schaden zu. Aber die Cyclops, die ist schon geil. Also da, ha, ha. Okay, Gadgets. Alles klar. Waren. Elektronik. Haben wir schon geguckt. Clans. Bauernverband. Kirche der Leuchtung. Das ist klar. Forscher heutzutage. Okay. Ich lese es jetzt nicht vor. Lest mal selber durch. Macht auch Pause. Na gut. Den Excel, den müssen wir... Den machen wir nachher platt. Techniker hatten wir schon. Brigade hatten wir auch schon als gehabt. Ja, gut. Okay. Ich sag gerade, danke fürs zu gucken. Danke, dass ihr als Beifahrer dabei seid. Oder wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt. Hardwork Apocalypse. Mit eurem Mikey. Ciao, ciao.